Herzlich willkommen Leute zu einem Video zu Team Sonic Racing, dem nächsten Ableger von Sonic Racing für Konsolen und, naja, der Vorteil des Spiels, für PC. Das bedeutet auch, dass wir das Ganze mit der TT-Crew spielen können. Wir sind gleich sieben und acht Leute in der Session, deswegen genießt auf jeden Fall die Runden. Für euch nur ganz kurz, unverbindlich die Info, ihr könnt den Link in der Videobeschreibung abchecken, dort kommt ihr zu Gamesplanet, die haben das Ganze natürlich auf Lager. Und ja, wenn es ein bisschen billiger sein soll als bei Steam, checkt die Lage, schaut es euch an. Und jetzt viel Spaß bei dem Rennen, wenn es weitere Parts geben soll, dann liegt es bei euch, einfach ein Like gelassen und jetzt genießt die Show. Herzlich willkommen Leute zur ersten Aufnahme von Team Sonic Racing mit einem Alex, Kunrantaro, Mario und Maxi. Hallo, wir spielen den ersten Grand Prix, die ersten vier Stecken, Wisp Circuit, Ocean View, Roulette Road und Booth House. Ja, kennt ihr von Mario. So, deswegen, los geht's. Wir spielen nicht in Teams, weil unsere Anzahlen nicht für die Teams ausgelegt sind, müssten entweder neun oder drei, sechs oder neun Leute sein, wobei drei nichts bringen würde. Ja, mal schauen. Eigentlich eher, weil wir alle keine Teamplayer sind, aber... Das ist, du hast ja ne Mechanik in Teams, also der Erste legt ja ne Spur, in der du halt dann Boost bekommst, wenn du dahinter herfährst und sowas. Wir könnten ja auch mit KI mochen, oder? Ja, aber dann... Alter, mein Auto sieht ja richtig Porno aus. Ja, seh ich ja nicht. Buh, Schwarz-Silber. Meins ist Schwarz-Rot, ohne dass ich's gefärbt hab. Ich hab den von Schnellung geklaut, die Farbe. Schon wieder nicht hingekriegt. Alter, hier sind ja nur... Wer hat denn hier noch ein Schwarz-Rot und Eggman? Das ist Ghost-Mobil. Ich bin Lösewicht, ich darf das. Auf Autofarben klauen, oder was? Was ist das? Oh, da brennt jemand, Alter! Da wird ne Bombe geworfen. Staturspieler dürfen nicht abgeschossen werden. Ist das so? Ah, Edems hat wieder den 3D-Effekt. Das ist neu in Sonic. Manche Sachen werden mir in 3D... Also in... Als wenn ich meine 3D-Brille nicht aufhabe angezeigt. Ja, das ist hier in dem Spiel voll ausgewählt. Oh, was hast du denn? Eine Rakete für den Typen, der mich grad geärgert hat. Da ist wieder der 3D-Edems. Na klar. Wer schießt hier auf mich? Hallo Maxi. Noch ne Rakete. Bitteschön. Mach doch jetzt mal nass eines. Kann man irgendwie nach hinten gucken? Ja, eher die linke Taste. Oh, puh. Linke Taste, also die linke Taste. Die Linke Taste. Die Linke Taste. Die Linke Taste. Du hast 4 Buttons da. Das ist aber schlecht. Bei der Playstation ist 4. Ich hab irgendwo ausgedrückt. Da ist nichts passiert. Direkt, 3 mal direkt. Dem Falle, glaube ich. Ach so. Das kickbacken am Xbox-Controller. Jetzt weiß ich erst, was du meinst. Oh. Boom. Das geht. Da ist ne Wand. Was war das denn für den Ziel? Verzugen? Katze. 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 Alter. Ich bin schneller als Sonic, Alter. Oh, da hat er ne Bombe gedroppt. Bin dick. Darf ich auch mir das helfen? Aber man hat alle Coins, wenn man getroffen wird, wie krank. Ja, aber die Coins waren doch wie immer nix. Nein, also wenn du Coins hast, wenn du Coins hast und getroffen wirst, dann bist du kurz gestunt. Wenn du keine Coins hast, dann bist du am Arsch. Oh, puh. Man kann nicht nach hinten schießen. Ne, das ist irgendwie. Die hat mich nicht. Die hatte kein Bock noch nie. Die hatte kein Bock noch nie. Oh, der war knapp. Oh, da kommt was dickes. Ach, was war das? Hier, Alex. Au ab. Nein. Was war denn das? Ja, irgendwas im Weg war da. Ja, ja. Was auch immer das war. Hier liegt noch ein Minecraft-Block. Ja, wir sehen. Wow. Du. Bombe da, du. Ne, ne. Schon viel zu mal weg, um gebombert zu werden. Hast du gar nicht mal die zu gewinnen? Doch. In der letzten Runde. In der letzten Runde. Einfach erster. Das reicht ja wohl. Also da kommt noch mehr. Ah, doch nicht. Da wohnt einer. Schönen Edems. Mach dir da vorne, ey. Ein paar Tricks. Dankeschön. Ah, nein. Dauta, du. Nein. Ah, Items. Oh, leider. Reuni. Das war schön. Das war am Ende noch. Ich hätte dich die ganze Zeit mit dem Spike-Boy-Zettel. Oh, hier. Ja, hier. 173 Ringe eingesammelt, der Maru. Items hat die ganzen Bock, weil der immer zwei einsammelt. Also ich lobe mich selbstverständlich. Oh, Lord, ich konnte mich selber loben. Ja. Erstmal einem. Sonst hat gar keiner loben. Ja, das kannst du. Moment, ich hab mir auch Adams geloogt. Ja, sehr geil. Hä, einem ist noch zweiter geworden? What? Ja. Warte mal, die... What? What the fuck? Wenn du alle deine Coins, die du am Ende im Inventar hast, erhöhen deine Position. Ja, und du bist hast 173 Ringe. Ja, ich wurde kurz vom Ende getroffen, du verlierst das Becher. Du bist alle Coins, wenn du getroffen wirst. Das bedeutet, ich hab mir gerade durch Coins meine Position... Ja, glaub ich. Hate to win. Hate to win. Hate to win. Weil dir ist halt alle Coins, wenn du getroffen wirst. Du hättest über 100. Also zwei Points machen eine Sekunde, okay. Stimmt, darfst du auch allen please wait oder musst du weiter drücken? Ja. Bitte warten, bitte warten. Wir müssen doch bitte warten. Ja, aber auch bitte warten. Wir gucken noch. Erstmal mal alles berechnet werden hier, weil das jetzt... Warten wir halt. Hat er irgendjemand nicht mehr? Eines hat's broken gemacht, glaub ich. Ich hab's nicht broken gemacht. Mit deinen Schimmelaktionen da. Nein, nein, nein. Ah, jetzt. Leistungsteile. Das ist jetzt... Ich hab jetzt ne Anleitung für den Megatoren bekommen. Ja, weil du so weit hinten warst. So, wie du warst. Ne, hab ich auch, ja. Hier bist du das nächste Mal nicht. Die Strecke gab's schon. Ja, die gab's schon. Ja, die kenn ich nicht. Ja, kenn ich noch nicht. Kenn ich. Ist das dieses All-Star-Racing auch? Ah, stimmt. Kann ich sagen, dass du Krakau auf jeden Fall auf dem Weg? Da hinten... Alter, Alte, das ist alleine ganz hinten in der Mitte. Guck mal. Das sieht voll böse aus. Ich hab voll Bock, ey. Jetzt gibt's gleich hier. Oh, ich hab vergessen, allgemein zu drücken. Oh, ey, ey. Ich hab vergessen, dass ich mit Shift Gas gehe, wo ich nicht muss. Ich hab noch gar keine Item verpasst. Ich hab noch gar keine Item verpasst. Ich hab noch gar keinen Block, ey. X-Ques. Moment, hab ich wirklich ne Item verpasst? Wie hast du ne Rakete da vorne? Ja, wahrscheinlich. Wenn alle weg waren. Hätt ich mal welche gesehen. Meines Eines ist das. Ah, Tautau, du faulest ob dir jetzt reden. Aber was? Tautau steht einfach im Weg rum, ey. Tautau hat mich zweimal erwischt, so. Oh, Tricks. Man kann ja auch Tricks machen. Hier ein bisschen Feuer in die Kurve. Feuer, schön, links, rechts. Hahaha. Komm, das Feuer weg hier. Hä? Ihr habt dich getroffen, aber eigentlich hätte ich Dalu getroffen. Das Problem... So, das war ne Bombe, okay. Das war ne Block einfach. Oh Gott. Ja, das war ne Bombe. Irgendwie fliegen hier ganz viele Sachen da von an mir vorbei. Ich glaub, der linke Weg ist schneller. Ich glaub, der linke Weg ist schneller. Ich hab nen gewissen Respekt vor der gesamten Rakete. Oh! Ich hab ne Rakete da hinten! Genau, weil da Hindernisse aussehen. Und du hast keine Eile. Ja. Der müsste der bessere Weg sein. Der müsste der bessere Weg sein. Ja, das ist ne zielsuchende Rakete. Ja, super. Im Lupe. Wieso krieg ich die ab? Ich bin doch schon letzter. Du bist doch gar nicht letzter. Natürlich bin ich letzter. Ich bin letzter, oder? Ah, schön. Ich bin sieben von siebter. Kann jetzt geht's noch weiter hinten. Leuch! Tautau ist auf mich rauf gefahren. Snipe! Unhöglich so was. Ey, Tautau! Ah, nix! Keiner. Einen Charakter macht da oben immer Faxen, ey. Wieso geh ich schon wieder in den Zielen suche? What the fuck ist das denn? Moment, Maru, wurdest du grad von vorne getroffen? Ja. Was war das denn für ein Snipe? Du hast zwei eingesammelt, Max. Wer hat denn grad ne Ulti an? Das muss ein Mädel sein. Wow, was ist hier denn kaputt? Ja, also im Looping-Stun ist böse. Hab ich jetzt auch bemerkt. Bist du runtergefallen dann? Echt? Nein, nein, nein. Hast du das ja nicht gerne gesehen? Weil du bist ja wirklich magnetisch an diese Strecke gebunden. Ja, jetzt wird hier die Zeit noch extrem reduziert. Sehe ich auch gerade. War der Tauter der schnellste Fahrer hier? Ich bin gerade über die Bande. What? Kann man springen? Wie kann man springen? Nee. Springen selber kann... Achso, wenn du den rechten Weg nimmst, fällst du ja von der... Dann kommst du ja auf den Sprung. Warum Tautau loben macht. Tautau loben. Echt schnell war. 86... Ich hätte den Charakter im Spiel. Im Wann war ich schnell. Ich hatte so viele Ringschulden, dass ich jetzt so schlecht da unten stehe. Ich war eigentlich erst dann. Er hatte Minusringe, ja. Hätte er Lust. Hätte er Lust. Weird Turtle ist richtig abgebaut in der Bande voll mich rein, ey. Du kannst nach hinten schießen, weil gerade einer meinte das geht nicht. Ja. Nach hinten gucken, aber nach hinten gucken und nach hinten drücken. Du musst gar nicht gucken. Du musst nur nach hinten gucken und drücken. Nee, du musst nur nach hinten drücken, aber nicht gucken. Aber wie gucke ich denn nach hinten? Nach hinten gucken ist X. Ja, ja. Aber wie schieße ich denn nach hinten dann? Nach hinten, den linken Stick nach hinten drücken und schieße. Also nach hinten fahren, sozusagen. Du kannst ja keinen Gas geben und bremsen mit dem Steuerknüppel. Ah, okay. Da sind wir wieder zurück. Kleiner Cut. Netzwerkfehler. Ja, passiert. Ja, ich vererste dann noch mal letzte Serie. Wir haben das Rennen geändert. Wir spielen jetzt die Strecken der normalen Reihe nach und nicht der Grand Prix Reihe nach. Deswegen hier, Mudders Canyon. Guckst du dir mal mein Bonzen Auto an? Oh, nur ein Boost, Alter. Das ist so, jedes Mal wenn die Zahl aufhören. Ja, aber eigentlich schon vorher. Du musst gleichzeitig mitdrücken. Es ist super schwer, finde ich. Also das Timing davon ist super weird. Hier habt ihr eine Rakete, bitteschön. Ah, ich bin halt so auf den Kopf gefallen. Ach so eine Kettensäge. Meine Kurze und Feuerreifen haben mir richtig gegeben. Das ist okay mit der Kettensäge. Uh, Kona ist zweimal da. Oh mein Gott. Kona ist Klonkran. Oh fuck. Was ist das denn? What the fuck? Das ist Mama. Das war die Mama. Die Drogendschungel. Ich wünsch mir Stützrede. Der Alex, als geil, jetzt kannst du keine Däger einsammeln. Ja, ich weiß. Aber ich kann auch hier die Strecke... Kaum. Hau, tau. Nein, geh weg. Geh weg. Oh, hier schön locker. Da rechts komme ich nicht durch. Das ist ja Unfälle. Da kommen ja nur die Stärkentypen durch. Da kommen ja nur die Stärkentypen durch. Das ist gerne die Gabe. Dr. Eggman ist gar kein Schnabel. Das ist Technik. Das ist Technik. Hör auf die Münzen einzusammeln. Die da? Da gehts gar nicht, ne? Lass das. Die brauche ich auch. Jetzt wird's richtig Boost. Ey, meine Münzen. Hat überhaupt nichts gebracht. Ist auch Erster, war da einfach. Jetzt mal einen dicken Triple Backflip. Wie macht man eigentlich die Flips? Rechten Stick drinnen. Was ist das denn für ein Ding? Das ist eine Rakete. Und das auch? Ja, die hat nicht getroffen. Okay, warte. Dann nochmal. Jetzt die? Ne, die auch nicht. Okay, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, ich kann was besseres. Ja? Auf Feuerspiegel. Ja, ich geh woanders lang. Er geht woanders. Warte, die Mutter. Ich seh die Strecke nicht. Ich seh die Strecke halt auch kaum. Das ist der Tod hier. Polizei. Was macht Eggman da? Er sagt Crazy Driver. Crazy Driver. Oh oh, ne Rakete. Würdet ihr bitte nicht den letzten schießen? Ne, ich bin letzter Hammerer. Ja, aber warum schießt der letzte nach dem vorletzten? Damit er nicht letzter wäre. Okay, hier Tautor. Kriegst du wieder. Okay, tschüss. Ich habe alle meine Ringe verloren. Oh, die ist halt weg. Ohne die Ringe. Sonic nix. Ich hab echt wenig eingesammelt. Super viel. Töte ihn. Ne, ich hab die alle eingesammelt. Danke. So, jetzt kommen wir da für den Triple Backflübel. Zack, 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 zack. Richtig. Ja, Maxi muss ja E3, oder? Ja, 3 musst du machen, ja. Alex, hier. Nimm das. Nimm mal die Feuerspur wieder. Richte auf mich. Du musst sie hinter uns anhalten, Maxi. Ich stelle irgendwas für eine Rakete. Wir haben eine riesen Rakete. Da stehen irgendwelche Steindinger. Ja, das war das, was ich auch gut abgeschickt habe. What? Ach, das ist wahrscheinlich der blaue Panzer. Bombe. Und sie ist weggespawnt. Einfach, einfach weg. Alter, Alex. Mega-System-Laser. Ja, hallo. Was soll das? Ich hab die Wand gesehen. Ja, hab ich auch nicht gesehen, oder was? Dich hab ich gesehen, aber... So war ihr Streit, oder was? Ja, magisch. Oh, lol. Wie habt ihr das da? Oh, was war das? Oh, nicht gut. Ey! Ich glaub, ich hab gerade die Sterne eingesammelt aus Versehen. Von Mario. Da ist ein Boost. Der Erste kann jetzt super viele Münzen sammeln. Ja, wenn er jetzt nicht mehr getroffen wird schon. Ja, aber wie sollen wir das denn abwehren, weil wir ihn nicht schaffen kann mehr? Der Erste hat ja automatisch gewonnen, wenn er der Erste weit weg ist, oder? Es muss ein Item geben, was du auf Distanz schießen könntest. Hier gibt's... Wie viel Münzen überhaupt passt? Wenn der Zweite in die Ziesur-Rakete nach vorne schießt, dann wird der jetzt so lange hoch überschieben. War leider nicht schneller als Tauschal. Aber es gibt wahrscheinlich maximalste Punkte, die du kriegst für Coins. Oh, wer ist nicht ins Ziel gekommen? Ist echt einer nicht ins Ziel gekommen? Bei mir steht's, dass nicht alle da sind, lustigerweise. Hm? Dann ist bestimmt wieder ein Disconnect, oder? Deine Tautor hat es schon geschafft. Du, als sieh ich jetzt auf jeden Fall? Ja, wie schnell der Tautor war. Ja. 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 Die Musik erinnert mich an Mario Kart jetzt. An den... An Peace-Circuit. Ja, der Winning-Typ fehlt. Der ist es umgebild. Sieger! Sieger 1 steht hier bei mir. So, Antwort. Ich hoffe, es geht jetzt direkt in die Lobby. Genau, jetzt kann ich die Strecke auswählen. Das müssen wir gar nicht verstehen. Die Doktors-Mine. Ja. Doktors-Mine. Der Wunder-Maxi. Oh. This is my name, babe. Ich muss automatisch gewinnen. Minecraft. Aber Doktor Eggman verliert immer. Kann man die Fehlkarten hier auch hinten ranhängen? Quatsch. Na, wie ein Malkart ist. Na, wie ein Malkart ist. Ich glaube... Die Raketen hängen ja... Achso. Die Alters hängen ja automatisch hinten dran. Du kannst eine Rakete auch benutzen, um diese Hindernisse wegzusprengen. Steht da. Aber Abwehr wie bei Malkart gibt es nicht, ne? Ne, das glaube ich nicht. Na gut, du könntest die Rakete natürlich nur mit nach hinten schießen. Na stimmt. Ok, jetzt. Drei Mal. Los. Er hat schon versaut. Ja, ich auch. Ich habe zwei geschafft. Dann habe ich vergessen, dass ich gedrückt halten muss. Aber musst du gedrückt halten? Ne, ich drücke bei jedem neu. Ich auch. Du bist einfach echt. Jetzt haben wir ein paar Münzen da. Noven. Wir brauchen alle was. Kunden an! Ich will ja auch ein Item. Ich habe auch kein Item gekriegt. Oh, brennende Streifen. Und Bomben. Ey, da rechts ist ein Tunnel. Was ist das? Keine Items, aber da gehen lang. Boah, das Dünge. Ach komm. In die Kreissäge. In die Kreissäge. Ich auch. Ich auch. Und das Feld runter. Wie oft kann ich denn in die Säge fahren? Oh Lucky. Wie viele Sägen kannst du erwischen? Oh, oh, oh. Das ist auch eine Säge. Oh Gott, da soll man nicht reinspringen. Mega Zoom, was auch immer das macht. Ich habe keine Ahnung was du machst. Da was ist? Das tut überhaupt gar nichts. Ein Slipstream. Geiles Item. Bombe! Was? Oh, what? Oh, fuck. Das ist doch meine eigene. Loll. Scheiße, Mario. Wie kommen wir da jetzt noch ran? Boost. Ey, wir haben hier abgeschossen. Lass uns Tauder durchreichen. Ja, hab ich schon. Den habe ich schon, den will ich nicht, oder was? Hab ich schon überholt. Ja, komm ran. Ich fahr extra langsamer, mit Absicht. Okay, Bombe. Danke. Oh, oh, die war knapp da vorne mit dem Sonic. Wir essen das überhaupt. Ja, stimmt. Fünder, oder? Oh, Alter, so hinter mir landen, das kriegt auch eine Bombe. Jetzt kommt dieses Gambling direkt hierher. Nein, 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 nein. Ich ziehe so eine Rakete hierher. Ich gehe wieder rechts durch den dicken Tunnel. Mario, du musst jetzt gleich links über die Rampe, sonst kommst du da nicht durch. Das war das. Das war diese Kacksäge. Was? Ich hatte nicht genug Speed. Ähm, eventuell hat mein Laserstreich gerade gekillt. Oh, Moment. Das war ganz gut, Mario. Wir sind zwar weit weg vom Ersten, noch? Ja. Oh, nee. Ich hab irgendwas Rotes. Was macht das? Was ist denn das hier für eine Amy-Kacke? Wir hatten hier die Musik. Die sind steinig? Ja, habt ihr keine Noten im Bild, mit denen ihr nichts seht? Ah! Oh, das kann sein, dass ich das war. Oh Gott, Steine! Oh Gott! Wie macht ihr denn eure Ulti an und wie kriegt ihr die? Ich sammel die. Ist das nicht ein Item, ist das nicht wie der Achter? Ja, genau. Ist ein Item. Okay. Also, Luck! Ja! Ich glaube, wir waren da hinten. Also, ein bisschen Glück. Kannst du den Luck gesaffen, oder was? Richtig! Alex! Ey, ey, ey! Maru hatte schon drei Items. Hauptsache, das hat noch mehr. Oh, schön auf Kunran gespielt. Boah, nicht auf mich. Auf Kunran, wer da hinten ist. Ich bin da, du wieder. Jawohl, letzte Runde. Maru hat sich gerade gesichert. Ja, da hat er das erst mal. Komm schon. Bring mir irgendwas, was den Sieg bringt. Wizzle burn! Tschüss! Oh nein! Oh nein! Oh, sie schützt sich vor den Segen. Und die fiegt irgendwo hin, wo sie nicht hin soll. Wer schießt da auf den Letzten von Bumpdown War? Ich. Der Vorletzte. Hauptsache, drei Zielsuche, eine Arquete hinter mir oder so. Hey, jetzt habe ich den Lucken gekündigt. Jetzt habe ich den Lucken gekündigt. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Torbos! Du drückst immer einen weg! Du drückst einen immer von der Bahn ab, zum Segen. Du wettest dich! Ich habe in der letzten Sekunde noch vier Torbos bekommen. Alter, es hat zehn Leute abgeschossen. Was? Nein, ich habe die Leute ins Schleudern befördert. Es ist nicht abgeschossen. So viele Sachen hatte ich nicht zum Schießen. Ich habe die nur gerannt. Es war ein Unfall, ich schwöre es. Das waren auf jeden Fall die ersten vier Rennen von Sonic und Team Sonic Racing. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Like gelassen. Wir schauen uns die nächsten vier noch an und schauen auf jeden Fall mal gern vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao! Ciao! Ciao!